Wir machen gerade die Meditation von Jiro Kabal, die machen wir schon seit über 10 Jahren. Und die können euch das wärmstens empfehlen. Das ist eine super Reinigung für dein ganzes Energiesystem. Es ist einfach Musik, die läuft und du atmest einfach tief durch den Mund. Das ist der verbundene Mundatem. Du kannst auch durch die Nase aus dem Mund raus. Es kommen chaotische Phasen, also richtige Chaosphasen, wo du ganz doll dich auflädst. Und dabei löst du dich von ganz vielen Ansichten. Du kriegst Erkenntnisse über dich selbst. Du siehst, wo deine Blockaden sind in deinem Körper. Wo Ängste sind. Wir massieren uns dabei immer noch dabei. Das machen wir als ganze Familie. Die Kinder sind dabei. Die Kinder spüren das Herz der Eltern. Ich werde meistens danach ganz weich. Und bin weniger im Kopf, in Vorstellungen und Gedanken. Und dazu möchten wir euch einladen, wenn ihr auch ein Paar seid, wenn du jemand bist, der sein Herz öffnen möchte. Dann verbinde dich wieder mit diesem Atem in dir. Du bist dieser Atem. Dieser Atem ist das hier und jetzt. Und wir sind oft in irgendwelchen Vorstellungen über unser Leben. Und das sind sehr tiefsitzende Ängste in uns. Teilweise aus Geburtserlebnissen noch, Traumata. Wo du dich in deinem Leben bedroht gefühlt hast. Wo du geschlagen wurdest. Manchmal auch einfach nur seelisch geschlagen. Wo du dich abgelehnt gefühlt hast. Und irgendwann hast du dich abgewendet. Du hast dich von dir selbst abgewendet. Vom Leben kannst du dich nicht abwenden. Die Menschen um dich herum spiegeln immer etwas. Ja, aber vielleicht war das, was du erfahren hast, so groß, dass du den Bezug zu dir verloren hast. Weil die Angst, dass du das wieder erfahren konntest, größer war, als bei dir zu bleiben in irgendeiner Weise. Und heute dafür sorgt, dass du dich getrennt fühlst. Dass du nicht richtig in Kontakt mit dir und den Menschen fühlst, die mit dir sind, mit deinen Exen, mit deiner Familie. Und der Weg zurück liegt in den Atem. Weil der Atem ist das, was dich mit dem Her und Jetzt und deinem Körper verbindet. Egal aus welchem Zustand du gerade bist, der Atem bringt dich hierher zurück. Es ist oft ein bisschen Überwindung, da reinzugehen, auf einer Anstrengung. Aber gleichzeitig ist es ein Geschenk, es nur über den Körper auch lösen zu können. Nur über den Atem. Und wisst ihr, wenn wir jetzt so sprechen, mit der Musik noch im Hintergrund. Versucht nicht so sehr, das Äußere zu sehen. Versucht mehr so diese Botschaft aufzunehmen. Das ist oft etwas, was uns im Leben fehlt. Das Leben lädt dich immer ein. Das Leben ist ständig in Kommunikation mit dir. Es möchte dich wieder mit deinem Herzen in Kontakt bringen. Und versuch diese Energie einfach aufzunehmen. Versuch mitzuatmen. Versuch es zu spüren. Spüre, wie sehr da in dir diese Sehnsucht ist, dieser Hunger. Dein Herz in deiner Partnerschaft ganz zu öffnen. Etwas zu tun, was du vielleicht früher als emotional abgetan hast. Du sagst, ich möchte nicht so emotional sein. Ich möchte nicht eifersüchtig sein. All diese ganzen Sachen. Schau mal ab, wie weit dir das was gebracht hat. Deine Unemotionalität. Deine Unaivität. Deine Seriosität. All diese ganzen Dinge, die haben wir draufgepackt. Das ist deine Persönlichkeit. Das ist nur dein Charakter geworden. Deine Fixierung. Und darüber kannst du hinauswachsen. Durch diesen tiefen, verbundenen Mund atmen. Und durch innere Arbeit. Dazu möchten wir dich einladen. Öffne dich wieder dafür. Das ist wahr. Du bist ein Geistwesen. Du bist reines Bewusstsein. Und dieser Körper, den wirst du irgendwann ablegen. Auch bestimmte Situationen in deinem Leben verändern sich. Immer nur, um dich zu unterstützen. Und dass du dein Herz doch noch öffnest. Alles, was dir im Leben geschieht. Auch der Schmerz. Möchte dich nur öffnen. Dass diese Liebe fließt. Und wenn du durchlässiger wirst, tut es gar nicht mehr so sehr weh. Dann kannst du alles fühlen. Du kannst alles erleben. Und dafür steht unsere Partnerschaft. Und unser Sein. Und unser Sein. Und unser Sein.